Ich fange mal mit einem dicken Roman an. Frau Hohenwald und ich haben schon gefachsimpelt. Einer unserer Lieblings, also meiner zumindest, Autorin, Javier Marias, ein Spanier. Das letzte Mal, das ist noch nicht so lange her, habe ich den Vorgängerroman Bertha Isler vorgestellt. Ich glaube, das ist so zwei Jahre her, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Und hatte damals geschlossen mit, ich freue mich auf einen neuen Roman, den er damals angefangen hatte zu schreiben. Und inzwischen ist es leider so, dass der Autor Spanier, großer Romancier in seinem Land, im September letzten Jahres an Corona gestorben ist. Aber diesen Roman Thomas Nevinson hat er noch vollendet. Und er liegt seit Ende 2022 in deutscher Sprache vor. Und was ja das Spannende daran ist, die Geschichte, die Bertha Isler, seine Ehefrau, aus ihrer Sicht als Eheroman, wenn man so will, geschrieben hat. Und mit einem Mann, der nie an ihrer Seite war, weil der immer unterwegs war in der Welt. Er ist nämlich Spion, das hat er ihr aber eigentlich nie offenbart, das macht er erst in diesem Roman. Das weiß ich nicht so richtig, wird jetzt hier fortgesetzt. Der Roman spielt im Jahre 1997 und der Spion Thomas Nevinson, der ist halb Spanier, halb Engländer, in England aufgewachsen. Dort von den Briten als Spion, naja, angeworben kann man gar nicht sagen, sondern er wurde unter Druck gesetzt mit einem angeblichen Mord, den er gar nicht begangen hatte und seine viele, viele Jahre als Spion arbeitete. Dieser Thomas Nevinson ist inzwischen wieder in Madrid. Da spielt der Roman zunächst und eigentlich langweilt er sich. Er versucht mit Bertha Isler wieder eine Beziehung zu leben, was ihm nicht so wirklich gelingt, weil nach so vielen Jahren, die haben auch zwei Kinder, die Kinder sind inzwischen erwachsen, kann man sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Die Bertha Isler hält ihn so ein bisschen auf Abstand, kann auch nicht so ganz von ihm lassen. Für ihn eine schwierige Situation. Er wird wieder angeworben von seinem ehemaligen Chef vom Geheimdienst in Großbritannien. Er soll eine Frau aufspüren, die hinter den Attentaten der ETA, man kann sich erinnern, in den 80er und 90er Jahren, vor allen Dingen in Spanien, steckt. Er muss in eine relativ kleine Stadt im Nordwesten von Spanien, soll er diese Frau aufspüren. Es sind drei Frauen, die unter dem Verdacht stehen, dass sie es sein könnten. Das macht es natürlich spannend. Und Javier Marias breitet aus, wie er sich den Frauen annähert und wie er herauszufinden sucht, wer es ist. Sehr spannend. Also auch ein Spionageroman. Auf der anderen Seite auch wieder ein Eheroman. Von der anderen Seite, wie gesagt, er offenbart dann Bertha Isler auch, was er mal in seinem Leben eigentlich so gemacht hat und gerade schon wieder macht. Ob sie ihm verzeiht, bleibt offen. Einen nächsten Roman wird es leider nicht geben von ihm. Also unbedingte Empfehlung, wer es mag, eine romantische Sprache, oder erst Romanzie, ja, wie man auch will, eine Sprache, also im Spanischen auch gut ins Deutsche übersetzt. Das macht Susanne lange, glaube ich, schon immer mit. Also sie hat alle Romane von Javier Marias übersetzt. Und alle Rezensionen, die ich auch so gesehen habe, haben den Roman also sehr gelobt. Ich lobe ihn auch und würde ihn sehr empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank.